Servus, wir sind ja gerade beim Videodreh zu Wacki mit deinem Popo. Das ist mir zu geil, das ist mir zu geil. Geile Weiber, geile Weiber. Und wir haben den Fashion Hub auch noch mit. Servus, Servus! Kannst mir du helfen? Ja, ich kenn mich ganz gut an. Du brauchst einen Steuerberater. Natürlich, sterb ihr Rotter. Was brauchst du denn? Geld! Kiss Kaffee! Wacki mit deinem Popo!